Servus und herzlich willkommen bei Mit der Ausgabe für April 2016 Der erste Termin für 2016 kann euch im Turnier richtig viele Schläge sparen Und zwar am Freitag, den 8.4. Regelabend Wir wiederholen die Basisregeln Das bedeutet, Fallen aus, Wasserhindernisse, Hemmnisse, Unspielbar Wie man was wo eben machen kann, vielleicht sogar einen Vorteil für sich ausholen könnte Wenn man das noch nicht weiß Des Weiteren die Regeländerungen, die seit 01.01.2016 gültig sind Und die Änderungen im Vorgabensystem Was hat sich getan, was ist CBA, CSA, gibt es das noch, gibt es das nicht mehr Auch das wird geklärt Am Sonntag, den 10. April Unser erster Schnuppertag dieses Jahr Erzählt es bitte euren Freunden, euren Bekannten, eurer Familie Euren Postboten Um 13 Uhr Anteil Schnupperkurs Richtig Natürlich, umsonst kostet nichts Logisch Am Samstag, den 16. April Die Predigt Stuhlbahn Golf Trophy Predigt Stuhlbahn, kommt mir bekannt vor Ja, mir habe ich auch bekannt vorkommen Waren im letzten Jahr schon bei Max Eiger Cup vertreten Dieses Jahr eben in einem eigenen großen Turnier Superpreise mit Sicherheit von der Predigt Stuhlbahn Sollte man mitspielen, gerade weil es das erste große 18-Loch-Turnier im Anteil dieses Jahr ist 2013 entstand die Idee einer Jahreswertung mit Platzierungen, Turnierteilnahmen, Punkte, Sieger und so weiter Der Ultra Golf Cup, der dann bereits 2014 umgesetzt wurde, letztes Jahr zum zweiten Mal Dieser findet auch dieses Jahr statt Anmeldungen bei der Maria unter info.at.at.de oder 08684 888 oder bei mir Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist der Ultra Golf Cup, habe ich noch nicht gehört, weil er erst seit diesem Jahr Golf spielt Es wird ein weiteres Video folgen, wo ich genau nochmal auf diesen Ultra Golf Cup eingehen werde Jetzt bitte Vielen Dank.